Nach fast zwei Jahren melden sich die Siedler zurück. Zum zweiten Mal in diesem Jahr stoppt Square Enix den Verkauf von Final Fantasy 14 und Stalker 2 schmeißt nur einen Tag nach der Ankündigung seine NFT-Pläne wieder hin. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das und mehr gibt's jetzt in den News. Es ist zwar nicht viel, aber es leeebt! Ubisoft hat auf Twitter ein neues Bild aus dem neuen Die Siedler veröffentlicht und dazu heißt es, dass es im Januar 2022 nach Monaten der Funkstille neue Infos zum Aufbau-Strategie-Spiel geben wird. Zudem könnte man sich schon jetzt auf der offiziellen Website registrieren, um irgendwann später entweder über den Epic Game Store oder Ubisoft Connect eine Vorabversion des Spiels spielen zu können. Das neue Spiel, das schlicht Die Siedler heißt, wurde schon 2018 als achter Teil der Hauptreihe angekündigt, den eigentlichen geplanten Release 2019 hat es dann aber nie gegeben. Seitdem hat Ubisoft Blueby das Projekt von Siedler-Urvater Volker Wertig mehrmals verschoben, zuletzt auf unbestimmte Zeit. Das neue Siedler basiert übrigens wie auch The Division auf der Snowdrop-Engine. Es ist schon wieder passiert. Zum zweiten Mal in diesem Jahr muss Square Enix den Verkauf von Final Fantasy 14 stoppen, weil so viele Menschen gleichzeitig ins MMO einloggen wollen, dass die Server dem Ansturm nicht mehr standhalten. Nachdem zum Release der Erweiterung Endwalker viele Fans mal wieder stundenlang in virtuellen Warteschlangen ausharren mussten, stoppt man jetzt zwischenzeitlich den Zustrom neuer Spielerinnen und Spieler, um die Situation in den Griff zu bekommen. Dazu sind einerseits die digitalen Editionen als auch die Trial-Version vorübergehend nicht verfügbar. Dieser Stopp wird erst über die nächsten Tage ausgerollt, auf Plattformen wie Steam könnte das Spiel also derzeit sogar noch verfügbar sein. Als Entschuldigung bekommen übrigens alle Käufer von Endwalker nicht nur 7, sondern jetzt 21 Tage Gratisspielzeit geschenkt. Schon einmal dieses Jahr ist Final Fantasy 14 Opfer des eigenen Erfolgs geworden, als nach dem Exitus vieler großer World of Warcraft Streamer im Sommer ein Herr von deren Zuschauern mit zu Final Fantasy 14 rübergewechselt ist. Das Addon Endwalker kommt in der Community übrigens extrem gut an und steht durch spannendes Story und cleveres Dungeon-Design derzeit mit 9,5 von 10 an der Spitze der Metacritic User-Wertungen des Jahres und bei Steam auf sehr positiv. Anfang des Jahres hatte eine Gruppe von US-Investoren den Entwickler CD Projekt Red verklagt, weil sie das Studio ihren Anschuldigungen nach über den tatsächlichen Zustand von Cyberpunk 2077 belogen haben soll. Wer eine aktuelle Stellungnahme jetzt zeigt, konnten sich beide Parteien aber außergerichtlich einigen. So zahlt CD Projekt die Summe von 1,85 Millionen US-Dollar an die klagenden Investoren, die ihrerseits von einem weiteren Verfahren absehen. In der Stellungnahme heißt es jedoch, dass diese Zahlung kein Schuldeingeständnis seitens CD Projekt bedeuten würde. Damals hatten die Investoren dem polnischen Studio vorgeworfen, dass man ihnen als Anleger ein falsches Bild von Cyberpunk 2077 vorgetäuscht habe und die Wahrheit vieler technischer Probleme erst zum Release des Spiels im Dezember 2020 ans Licht gekommen wäre. Damit habe CD Projekt nach US-Gesetzen gegen Bundesrecht verstoßen. Insgesamt gab es sogar vier solcher Klagen, die zu einem Verfahren zusammengelegt wurden, jetzt aber durch die Einigung ad acta gelegt werden. 1,85 Millionen Dollar klingt zwar nach einer Menge Geld, laut eigenen Finanzberichten hat CD Projekt alleine im Launch-Monat Dezember 2020 563 Millionen Dollar mit dem Verkauf von Cyberpunk 2077 verdient. Im kommenden Jahr soll's nicht nur das versprochene Next-Gen-Upgrade für PlayStation 5 und Xbox Series, sondern auch weitere Verbesserungen und kostenlose DLCs geben. Das ging schnell. Gestern noch hatten wir euch von den Plänen von GSC GameWorld über die Integration von NFTs in Stalker 2 berichtet und heute zieht der Entwickler die Idee in einer offiziellen Stellungnahme schon wieder zurück. So heißt es in dem auf Twitter veröffentlichten Statement Wir haben euch gehört. Aufgrund der Resonanz haben wir uns dazu entschlossen, alles im Zusammenhang mit NFTs in Stalker 2 zurückzuziehen. Die Interessen unserer Fans und Spieler sind für uns oberste Priorität. Wir machen dieses Spiel damit, ihr damit Spaß habt, egal zu welchem Preis. Wenn es euch wichtig ist, ist es uns auch wichtig. Erst kürzlich hatte GSC GameWorld spezielle NFTs versteigern wollen, deren Besitzer dann als sogenannte Meta-Humans eingescannt und als NPC-Charaktere im Spiel verewigt werden. Nach dem sehr negativen Feedback aus der Community hat man sich jetzt aber dazu entschlossen, diese Pläne zu verwerfen. Stalker 2 soll, ohne NFTs, am 28. April für PC und Xbox und im Game Pass erscheinen. Es ist zwar Freitag, aber unser Adventskalender denkt gar nicht dran, ins Wochenende zu gehen, denn auch heute Morgen und übermorgen gibt's da coole Preise für euch. Heute gibt's von Samsung eine 980 Pro NVMe M2 SSD mit einem Terabyte. Folgt einfach diesem Link hier oder schaut in der Videobeschreibung, um direkt zum Adventskalender zu kommen. Das war's für mich für dieses Jahr mit den News, denn das hier ist meine letzte Sendung vor dem Weihnachtsurlaub. Deshalb ein riesiges Dankeschön an euch, dass ihr die News das Jahr über so treu begleitet habt, kommentiert und geliked habt. Die Sendung jeden Tag zu machen ist ziemlich aufwendig und umso mehr freut es uns dann, wenn's bei euch so gut ankommt. Deshalb auch nochmal ein riesiges Dankeschön an mein Team, Natascha und Julius, die vor der Kamera moderiert haben, aber natürlich auch Maurice, der dieses Jahr mehrmals als Vertretungsmoderator eingesprungen ist. Außerdem natürlich ein großes, großes Dankeschön an die fleißigen Kollegen hinter den Kulissen in der Production, unter anderem der Alex, der Axel, der Hannes, der Felix, Rachmi und der Rafi, die die Sendung übers Jahr hinweg geschnitten haben. Außerdem auch ein Dankeschön an Theresa und Jochen, die die Koordination der Sponsorings übernommen haben, ohne die es diese Sendung wahrscheinlich gar nicht geben würde. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr, wenn die News dann wieder zurückkehrt und im Juli acht Jahre alt wird. Danke also auch heute fürs Zuschauen und Abonnieren. Schaut gerne auf unsere anderen Videos, wie hier unsere Vorschau auf das große Addon zu Crusader Kings oder dieses Video hier. Morgen gibt's nochmal die Neu- und Gratis-Games und kommende Woche die News mit Natascha. Euch ein schönes Wochenende, frohe Weihnachten, guten Rutsch und bis dahin, weiterspielen! Bis zum nächsten Mal.